Guten Tag, hier ist wieder euer Omni mit noch einem weiteren letzten Tutorial bzw. Tipp-Video für Millennia. Diesmal geht es um fortgeschrittene Tipps zu Kleinigkeiten, die aber besonders wichtig sind, wenn man sein Spiel optimieren will und auf höhere Schwierigkeit erfolgreich sein will. Grundlegende Hilfen findet ihr in diesem Video zum Kampf ein Video. Ihr habt dann auch Tipps, die schon einigermaßen Anfänger unterstützen können und ein langes, chaotisches und krasses Playthrough auf Großmeister, das ich geschnitten habe, damit ihr mal das ganze Erlebnis in so einer kleinen Story erleben könnt. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen, lasst gerne einen Like da, einen Kommentar und abonniert den Kanal. Aber lasst uns nicht lange drum herum quatschen, gehen wir in die Tipps hinein. Für den ersten Tipp gehen wir einfach mal hier in dieses Save-Game und schauen uns einmal diese Stadt an. Denn es geht um Importe und Exporte. Viele von euch, die das Spiel vielleicht noch nicht so ganz gut kennen oder zumindest die erste Runde schon mal gespielt haben, werden trotzdem, so wie ich, noch nicht darüber gestolpert sein, dass es rechts diesen Bildschirm gibt. Wenn ihr schon darüber gestolpert seid, dann habt ihr euch vielleicht nicht weiter darüber Gedanken gemacht, weil ihr wisst, die KI ist manchmal etwas, naja, sagen wir, schwierig. Wichtig ist aber, diese Importe könnt ihr immer nutzen. Sobald ihr einen Markt gebaut habt, schaltet ihr diese Importe frei und könnt dann direkt loslegen, solange ihr Geld dafür habt. Den Markt könnt ihr in verschiedenen Stufen haben und dadurch könnt ihr halt immer mehr Waren auch wirklich aufnehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns schauen, ich habe jetzt in dieser Stadt schon vier Auslösche-Import-Slots, muss dazu sagen, einen habe ich durch eine Innovation bekommen, die man auch eben durchaus kriegen kann, also diesen Slot nochmal erweitert. Sonst, jeder Marktausbau gibt euch mehr Slots dazu. Und wichtig ist, egal ob ihr jeweils eine KI getroffen habt oder einen Gesandten gesendet habt, da komme ich gleich noch zu, habt ihr immer die Möglichkeit, diese Ware zu importieren. Und zwar das einfache Handelsgut. Das Handelsgut wird verbraucht für eine Kultur. Das heißt, ihr bezahlt hier oben bei Grundkosten acht, acht Gold oder Vermögen und diese acht Vermögen bezahlt ihr, um eine Kultur zu generieren. Habt ihr also genug Geld, wie jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel, nutzt diese Fähigkeit immer, sobald ihr den ersten Slot habt, sofort auf die Kultur gehen. Ihr müsst das machen, weil Kultur eine viel wertvollere Ressource als Vermögen ist. Deswegen ist es essentiell, das zu tun. Ihr seht aber hier natürlich, wir haben noch ganz viele andere Optionen. Und da kommen wir zu den Punkten, den ich jetzt eben schon erwähnt habe und der, ja, sag ich mal, nicht so gut vom Spiel kommuniziert wird, wie es ja oft bei Millenia ist. Wollt ihr diese Importe nämlich freischalten, müsst ihr auf jeden Fall einen Gesandten erstellen. Diese Gesandte, den müsst ihr dann zu einem Gegner schicken, also einer anderen KI. Furchtig, die KI tötet euch eigentlich immer alle Einheiten, gerade auf höherer Schwierigkeitsstufe. Deswegen ist es wichtig, dass die KI oder euer Gesandter direkt bis zur Stadt kommt, damit die KI euch nicht irgendwie zerstört, umbringt oder sonst was. Wenn er bis dahin kommt, dann könnt ihr im Normalfall diesen Knopf benutzen, außer ihr habt halt wie ich schon die ganze Fähigkeit aufgenommen. Wichtig ist auch, ihr dürft keine Vasallen, sondern müsst Hauptstädte wie hier unten benutzen. Wenn ihr dann da hingegangen seid, könnt ihr auch einfach auf diesen Knopf drücken und dann habt ihr Kontakt mit eben dem jeweiligen anderen Partner aufgenommen. Ich habe hier schon den Kontakt aufgenommen, deswegen kann ich das so oder so nicht mehr. Nur das ist ganz wichtig, ihr werdet dann die Möglichkeit haben, diese ganzen Ressourcen, die ihr hier seht, freizuschalten. Aber die Ressourcen variieren natürlich, je nachdem, was die KI, der jeweilige Gegner, wie auch immer, freigeschaltet hat. Das heißt, es kann hier natürlich noch bessere Sachen kommen, als nur diese Steinwerkzeuge oder den guten Wein. Es könnten auch Manifeste, es könnten Bücher dazukommen, es können später auch Raketen sein, Energie sein und so weiter und so fort. Auch die Preise steigen natürlich, aber ihr seht zum Beispiel, so Marmor kostet eigentlich fast nichts. Ihr kriegt die relativ günstig, die für Arbeiten waren, sind natürlich immer teurer als die Standardwaren, also die Rohstoffe. Die sind recht günstig, wie Gold zum Beispiel, kosten nur zwei, warum auch immer. Und so Werkzeuge kosten 20. Aber ihr seht, das sind acht Produktionen. Wenn ihr bedenkt, dass ihr am Anfang nicht so viel Produktion habt und vielleicht habt ihr irgendeine KI, die nicht direkt Krieg mit euch geführt hat und habt dann mit denen eine Handelsroute aufgebaut, also Gesandten hingeschickt, dann könnt ihr direkt Werkzeuge holen und damit einen enormen Vorteil bekommen. Oder ihr könnt zum Beispiel sowas wie den Wein hier holen, wodurch ihr dann Kultur und Luxus dazu kriegt oder nur Kultur, wo ihr mehr Gold bekommt und so weiter, was ihr gerade so braucht. Ihr könnt natürlich auch hier mit diesen Rohstoffen, die ihr von der KI handelt, dann wiederum andere Warenketten befeuern, zum Beispiel eben das Sägewerk. Das ist essentiell. Das Ganze wird halt vom Spiel überhaupt nicht kommuniziert. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man diese Handelsgüter nutzen kann. Das Nächste, was wir haben, sind die heimischen Exporte. Auch die sind ein bisschen ungelenk, weil ihr seht hier so einen Button und daneben Region auswählen. Ihr müsst verstehen, Exporte heißt natürlich von hier dieser Stadt Glasgow aus geht es dann in die Region, die daneben steht. Also heimische Exporte Edinburgh. Das heißt, dass man eigentlich meinen würde, ja von Edinburgh keinem was rüber. Nein, ihr handelt von dieser Stadt aus etwas in die andere Stadt. Das heißt, ihr könnt eure Waren, die ihr hier produziert, auch weiterleiten zur jeweils anderen Stadt. Wofür brauche ich das? Ja, ganz einfach. Habe ich zum Beispiel, wie ich das hier gemacht habe über Edinburgh, können wir direkt mal gucken, mir diese Ressource Holz nach Glasgow geschickt, kann ich dieses Holz, was ich hier zu viel habe, dann in Glasgow wiederum zu einem Papier verarbeiten. Das Papier wird wiederum zu den Büchern hier verarbeitet, die enorm viel Wissen geben und dadurch sehr mächtig sind. Wir brauchen aber auch sehr viel Bauplatz. Das heißt, ihr müsst viel Platz bereitstellen, um eben Papier zu produzieren oder Bücher zu produzieren. Und da kann mir halt die andere Stadt dann helfen, um dieses Papier bereitzustellen, sodass ich das selber nicht mehr produzieren muss. Und das kann ich natürlich mit allen Ressourcen machen. Das heißt, ihr könnt eure Städte, und das würde ich euch auch in diesem Tipp direkt mit empfehlen, natürlich so spezialisieren, dass nur eine Stadt zum Beispiel jetzt Wissen produziert, nur eine Stadt jetzt mit Ärzten arbeitet oder nur eine Stadt was weiß ich was baut. Also immer mal gucken, was ihr gerade so braucht, Textilien oder sonst was, wo ihr Vermögen generiert, so dass ihr die Plätze nutzt, die die Städte jeweils zur Verfügung haben, und ihr halt diese Exporte nutzt. Man kann auch mehr Slots davon freischalten. Ich bin selber ein bisschen sprachlos, warum ich nur einen hier habe, wo ich hier eigentlich schon viel gebaut habe. Es ist aber so, dass man mehr Slots freischalten kann. Ist aber umständlicher als man meinen mag. Ich glaube nämlich zum Beispiel durch die Gewürzhändler könnt ihr das tun, indem ihr diese eine, nee, nicht die Gewürzhändler, sondern, sorry, die Republik. Da habt ihr nämlich offene Märkte, da könnt ihr einen auf heimischen Exporten zufügen. Geht natürlich dann weg, sobald ihr eben dann weiter in die nächste Regierungsform hineingeht. Außerdem, wenn wir schon dabei sind, Kolonialismus, habt diesen riesigen Vorurteil, frei Handel zu haben. Das heißt, selbst wenn ihr mit einer KI im Krieg seid, könnt ihr diesen Handel, den ich eben gezeigt habe, noch durchführen und eure Kolonien, das sind besondere Außenpostenformen, da kommen wir gleich auch noch zu, könnt ihr damit auch nochmal zwei Kolonien, äh Kultur mehr produzieren. Wichtig ist aber eher dieser Handel, denn ihr könnt, egal mit welcher KI und wie sehr ihr mit der im Clinch und Krieg seid, einfach diesen internationalen Handel betreiben, also euch die Ressourcen hersacken. Das können ja bis zu, wie ihr eben gesehen habt, vier Ressourcen sein, vielleicht sogar noch mehr, wenn ihr noch andere Buffs holt. Ja, gehen wir zum nächsten Punkt über, die Handelsposten, beziehungsweise Außenposten. Handelsposten ist eine Verbesserung, die man hier bauen kann, zeige ich euch jetzt alles. Und zwar habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wir sehen jetzt hier auf dem Bildschirm direkt schon mal zwei. Ihr startet immer mit so einem Standard-Außenposten. Dieser Außenposten kann am Anfang eigentlich nichts, also da könnt ihr nichts Besonderes von erwarten. Ihr könnt ihn durch die Gewürzhändler aber durchaus buffen, dass ihr mehr Geld kriegt und Karawanenwächter habt, sodass sie nicht verteidigungslos sind, also schutzlos sind. Ansonsten werden die, und das ist das Bittere an diesen Außenposten, sage ich direkt am Anfang, einfach von jeder barbaren Einheit sofort zerstören und jeder militärischen Einheit. Also aufpassen, dass er auf jeden Fall Schutz abstellt oder eben diese Fähigkeit über Gewürzhändler freistellt oder eine Erweiterung nutzt, die ich euch gleich noch zeigen werde. Dieser Außenposten bietet ein unfassbares Potenzial, das ich am Anfang auch überhaupt nicht verstanden habe. Erstens natürlich, wir können Straßen bauen, das heißt, wenn Städte weiter auseinander sind, kriegen wir mehr Straßen. Das ist eine coole Sache, aber nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, ab gewissen Technologien könnt ihr verschiedene Gebäude bauen. Standard-Außenposten kann zum Beispiel einen Handelsposten bauen. Dieser Handelsposten kostet man nicht null, den kriegt ihr auch durch Gewürzhändler. Ab hier komplett kostenlos, was schon mal genial ist, und baut dann diese Ressource hier ab, die ihr sehen könnt. Ihr könnt dann im Ausposten jeweils die Region angeben, wo das halt hingeschickt werden soll. Und dann werden alle Ressourcen und all ihre Vorteile auch in diese Region geschickt. Das wäre jetzt zum Beispiel eben Glasgow. Das ist ein extremer Vorteil, der schon mal so an sich sehr cool ist, weil ihr halt Nahrung jetzt dazu bekommen könnt. Und Produktion oder hier halt Vermögen, Fleisch und so weiter und so fort. Das ist schon sehr, sehr stark. Diese Fähigkeit wird aber noch besser, dadurch, wenn wir uns nach oben begeben. Erstmal durch die Gewürzhändler oder andere verschiedene Nationalgeister kriegt ihr auch noch besondere Verbesserungen. Da wir zum Beispiel Theologen haben eine besondere Kirche, die sie da bauen können. Also ich glaube eine Abtei, nee, das ist eine Abtei, also das größere Kloster wahrscheinlich da, genau Kloster. Hier habt ihr die Karawanserei und ihr seht, was sie kriegt. Ihr kriegt einfach zwei Diplomatie-Erfahrungspunkte. Ich muss euch überwarnen, die kosten auch 50 Verbesserungspunkte und können nur auf Wüsten gebaut werden und nur halt im Standard Außenposten. Das heißt, ich habe diese Burg, die ihr hier sehen könnt, noch nicht gebaut, hatte zuerst die Karawanserei reingehauen, habe sechs Diplomatiepunkte durchbekommen. Und ihr seht, das ist nicht wenig tatsächlich. Ich habe 14 von Außenposten. Das ist mein Großteil an meinen Diplomatie-Erfahrungspunkten. Extrem stark, kostet aber eben, wie gesagt, auch viel Verbesserungspunkte, da müsst ihr ordentlich mitarbeiten. Dafür habe ich euch auch in anderen Tipps gesagt, Verbesserungspunkte sind key. Aber dann könnt ihr danach trotzdem den Außenposten upgraden, denn es gibt mehrere Spezialisierungen, die ihr habt. Und das hier wäre die Burg. Die Burg-Spezialisierung kostet erstmal schon recht viele Ingenieurspunkte. Da müsst ihr auch gucken, dass ihr davon ordentlich spart. Kostet nämlich 40, aber hat halt den genialen Vorteil, gerade im Frühspiel, sobald ihr freigeschaltet habt, sehr stark zu sein. Ihr habt nämlich ganz viele Vorteile. Erstens, ihr kriegt Kriegsep und Kultur von der Burg, was schon krass ist. Ihr habt einen Hauptstadtangriff, der wirklich Schaden machen kann, sich also verteidigen kann. Und ihr kriegt auch noch automatisch drei Verteidigungseinheiten, nämlich jeweils eine Miliz und einen Burgverteidiger, was extrem stark ist. Denn so könnt ihr massive Angriffe, zumindest im frühen Spiel, recht gut mit Verteidigungsanlagen abwehren, indem ihr eine kleine Armee da reinstellt. Und ihr verliert euren Außenposten nicht, wie hier unten den, sobald da irgendein Barbar draufläuft. Wichtig ist auch, wenn ihr die Burg dann habt, könnt ihr diese Karawansereien nicht mehr bauen und die Handelsposten nicht mehr bauen. Aber, und das ist das andere Geniale, sobald ihr die entsprechenden Technologien wie Feudalismus und so weiter freigeschaltet habt, könnt ihr eben Gebäude bauen wie die Abtei, die euch Religion gibt und religiöse Texte, wodurch ihr noch mehr Religion kriegt und Luxus. Die Produktion ist durch eine Innovation dazu gekommen. Oder ihr könnt eine Burgstadt bauen, was in meinen Augen die stärkste ist, kostet nur 15 Verbesserungspunkte, gibt eine Kultur und ihr könntet sogar Weizen jetzt zum Beispiel damit abbauen, was extrem stark ist. Das Waffenlager auch eine sehr gute Verbesserung, ihr kriegt einfach Kriegserfahrungspunkte, wenn ihr hart auf Krieg geht oder hart auf Krieg pushen müsst, weil ihr dazu gezwungen seid, könnt ihr diese Waffenlager hier einfach drumherum pflanzen. Sagen wir mal, es wären nicht die Karawansereien dabei, wäre trotzdem diese Burg so unglaublich mächtig, weil ihr sechs verschiedene Gebäude im besten Fall hinsetzen könnt, die euch entweder Religion, Kultur oder Kriegserfahrungspunkte geben. Und da gibt es noch mehr. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch durch die Ritterlichkeit die Burgen auch noch mehr upgraden, dass sie mehr Gold geben. Je nach Nationalgeist wird das wesentlich besser. Habe ich zum Beispiel in meinen ersten Playfruits überhaupt nicht verstanden, was das von mir wollte, wie die Verbesserung. Warum kriege ich die Verbesserung jetzt nicht? Jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr das noch nicht gewusst habt, hier könnt ihr die ganzen bauen und es gibt da noch mehr. Außerdem gibt es noch einen dritten Postentypen. Das wäre die Kolonie. Die Kolonie ist so etwas ja wie so ein Handelshafen, sage ich mal. Ist irgendwie sehr schwierig von der Kolonie her, finde ich das nicht so super dargestellt, aber von dem, was es bringt, ist es ganz cool. Denn die Kolonie gibt immer zwei Handelsgüter, die ich euch ja am Anfang gezeigt habe. Und jedes Handelsgut gibt wieder eine Kultur. Und wenn ihr dann auf Kolonialismus geht, kriegt ihr noch die Freihandelsstärkung, wodurch ihr nochmal zwei Kultur bekommt. Und ihr kriegt zehn Vermögen automatisch dazu. Ich werde die Freihandelsstärkung hier nochmal sehen. Das ist ja das, was wir eben erwähnt hatten. Da gibt es zwei Kultur dazu. Und hier bei denen könnt ihr auch wieder die Karawansereien bauen und die Handelsposten. Wenn jetzt eine Ressource wäre, hätte ich zum Beispiel jetzt das Reh auch mit dem Handelsposten bestücken können. Und ihr könnt über Kolonialismus, habe ich nicht gemacht, weil es mir zu teuer war, die Handelsfabrik freischalten. Dadurch könntet ihr jetzt zum Beispiel statt vom Handelsposten ein oder zwei Ressourcen, hier zwei oder drei Ressourcen, bin ich mir ganz sicher, freischalten. Auf jeden Fall mehr, als ihr vorher habt. Müsst aber natürlich wieder die jeweiligen Verbesserungspunkte bezahlen, war mir, weil ich das ja im Kosten auskriege, durch die Gewürzhänder, hier zu teuer. Deswegen habe ich es nicht genutzt. Aber wenn ihr die Gewürzhänder nicht habt, könnt ihr mit dem Kolonialismus dadurch natürlich noch mal massiv mehr Ressourcen generieren. Zum Beispiel Kohle doppelt, Öl doppelt, wo ihr doppelte Energie, doppelte Produktion und so weiter und so fort bekommt. Dazu sei gesagt, einen Handelsposten oder einen Außenposten baut ihr immer mit einem Pionier. Ihr könnt auch Außenposten wieder zurücknehmen. Wenn ihr zum Beispiel merkt, da kommt Gefahr, könnte ich den jetzt zum Beispiel, der ist ja kostenlos gewesen, einfach wieder zurückbauen in meinen Pionier. Dieser Pionier kann dann sofort schnell abhauen in die Stadt und kann nicht vom Barbar geplündert werden. Dann müsst ihr aber natürlich sehen, ob der Bewahren in der Nähe ist. Dann könnt ihr das machen. Nur diese Pioniere, die ihr über die Ingenieurskunst spawnen könnt, können diese Außenposten bauen. Die werden natürlich immer teurer. Das heißt, ihr könnt eine begrenzte Anzahl haben, aber ihr könnt damit euer Gebiet einfach erweitern. Ich habe das auch hier oben nochmal gemacht. Gebiet erweitern ohne große, großartige Kosten und massive Ressourcen abernten, die ihr sonst nicht bekommen könntet. Was ein riesiger Vorteil ist und wie gesagt, nicht so gut vom Spiel kommuniziert wird. Nutzt das unbedingt, gerade auf hoher Schwierigkeitsstufe, essentiell. Um einen großen Vorteil, einen Ressourcen zu haben, um ein bisschen zumindest Richtung Meister- und Großmeister-KI zu kommen. Und als letztes gehen wir noch auf die dritte große Mechanik ein, die auch beim Spiel so gut wie nicht kommuniziert wird, aber essentiell ist, wenn ihr ein starkes Spiel auf hoher Schwierigkeitsstufe haben wollt. Mein stärkstes Großmeisterspiel war tatsächlich ein Spiel, wo ich die feudale Monarchie genommen hatte. Ich weiß nicht mehr genau, die zweite Monarchie-Art auf jeden Fall, wo man auf Vasallen geht. Das ist essentiell, denn die Vasallen können euch, wenn die gut gepusht sind, durchaus sehr viele Ressourcen zur Verfügung stellen. Ich zeige euch mal dieses hier oder ich zeige euch mal einen Vasallen, den ich sehr stark gepusht habe. Der gibt euch schon 40 Gold, fast zwei Kultur, fast zwei Forschung und zwei Verbesserungspunkte. Extrem stark. Ja, wie kann man die Buffen auch das wissen vielleicht einige von euch? Wenn nicht, ist es essentiell, das nochmal zu erklären. Diese Händler, die ihr hier erstellen könnt, die könnt ihr ja zu anderen Leuten schicken. Also KI finde ich eher nicht so wichtig, gibt ein bisschen Gold. Oder ihr könnt sie tatsächlich eben in diese jeweiligen Vasallen stecken. Und ihr seht dann einfach dieses kleine Symbol plus 10% Wohlstand pro Runde. Ich kann euch jetzt nicht mathematisch aufschlüsseln, was es bedeutet. Es ist auf jeden Fall so, dass ich es einfach mal probiert habe. Und vorher wusste ich halt auch nicht, dass das irgendwas bringt oder wie sehr es das bringt. Aber wenn ihr das mal benutzt, plus halt solche Sachen wie jetzt Kolonialismus, wo der Vasallenwohlstand plus 75% maximal sein kann, wo ihr den Vasallenwohlstand nochmal deutlich erhöhen könnt, das könnt ihr auch wie gesagt mit einer Regierungsform, dann könnt ihr extreme Vorteile aus diesen Vasallen rausschlagen. Dann könnt ihr die Vasallen massiv wachsen lassen, könnt massiv Ressourcen von denen bekommen und könnt dann so richtig schönes Snowball haben. Weil ihr seht, wie viel Vasallen man hat. Tendenziell hat man im Millennium immer mehr Vasallen, als man richtige Städte hat. Wenn ihr das geschickt angegangen seid, weil ihr eigentlich einfach nicht so viele Städte leisten könnt, ohne dass ihr einen extremen Kulturmalus bekommt. Und dadurch könnt ihr eben den Wohlstand steigern mit diesen Händlern. Also haut in jede Stadt bitte einen Händler hinein. Und schaut, dass ihr, wenn ihr sagt, ich habe viele Vasallen, auch mal überlegt, ob ihr nicht Kolonialismus oder eben die Regierungsform, irgendeine Monarchieform nutzt. Nicht die erste, die finde ich nicht so stark, sondern die zweite Form, die nochmal die Vasallen massiv bufft. Denn die bringen euch wirklich einen gigantischen Vorteil. Nur um das ganz kurz gesagt zu haben, das erste, was ihr bekommt, ist Königreich. Sehr ähnlich zu feudalen Monarchie. Feudale Monarchie ist aber das mit den stärkeren Buffs, die euch wirklich massiv eure Vasallen pushen lassen. Ich kann euch das auch mal an diesem Beispiel zeigen, was ich eben erwähnt habe. Ihr seht, wie groß unsere Vasallen sind. Die haben immer sehr, sehr viele Bewohner, weil ihr eben diese Kulturfähigkeit mit Lehenseid nutzen könnt, weil ihr durch die feudale Monarchie eh sehr viele Buffs kriegt. Und ihr könnt zum Beispiel auch Regierungs-EP von denen bekommen, was extrem stark ist. Ihr könnt mehr Verbesserungspunkte von denen bekommen und so weiter und so fort. Extrem stark, so dass es sich auch fast lohnen würde, je nachdem wie viele Vasallen, ihr habt nicht die nächste Regierung zu nehmen. Zum Beispiel habe ich Ablands-Vespi, war größer als meine Hauptstadt Birmingham, als ich es übernommen habe. Das heißt, das Wachstum war so krass, dass meine Vasallen hier 15, 16, 13, 12 und so weiter größer waren, als tatsächlich meine Städte, die ich selber gegründet habe und aufgebaut habe. Zum Beispiel Saqqara ist jetzt Mainz, da seht ihr, da ist nicht viel passiert und Belfast auch nicht wirklich, während halt andere Städte deutlich gewachsen sind. Nutzt also diese Mechanik unbedingt, denn da werdet ihr so mächtig durch. In dieser Runde hier habe ich wirklich so dominiert bei Großmeister, was schon sehr besonders war, obwohl ich das Spiel noch gar nicht so gut konnte. Ja und das war es auch schon wieder, relativ ungefiltert mal die Tipps rausgehauen, die in meinen Augen essentiell sind, um so ein bisschen an den Schrauben zu drehen, um wirklich den Vorteil zu kriegen, um genug Ressourcen zu generieren. Darum geht es ja meist bei Strategiespielen, um eben auch schwere KI irgendwo in den Knie zu zwingen oder zumindest auf Großmeister einigermaßen on par zu kommen, also gleich zu ziehen mit der KI, denn das ist nicht so einfach. Gebt mir mal eure Hinweise, eure Tipps, schreibt die Kommentare voll, der Algorithmus liebt das ja und deswegen brauchen wir das natürlich, also haut raus damit. Gerne, wie gesagt, Daumen hoch da lassen, wenn ihr irgendwas gefunden habt, was euch hilft, was euch gefallen hat. Versucht es einfach mal aus und kommt dann zurück und gebt den Daumen hoch, wenn ihr merkt, ey, da hat der gar nichts Unrecht, der Quatschkopf und das würde mir schon helfen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.